So, erst einmal die Krankheit untersuchen, aber der Name ist Datenschutz, habe ich durchgeschrieben. Das wichtige Krankname und Professor und Mediziner, drei Doktoren untergeschrieben. Das stimmt doch, dass krank ist. Das ist genug. Wie lange hast du Krankheit? Seit 1984. 30 Jahre. Und jedes Jahr ist es schlimmer. Die Lage hat er mit Spritzen gekriegt. Jeden halben Tag. Guck mal hier, zeigst du mal. Das ist die Nadel. Jeden zweitag spritzen. Hier, hier, weiter. Ich habe überall gespresst, Bauch gespresst, Obersteck gespresst. Überall. Überall sieht aus. Das ist gesagt, elf Jahre. Elf Jahre spritzen. Ja. Jede zwei Tage. Grausam, ne? Schlimm. Und besser geworden? Nein. Es soll ja auch nicht besser werden, sondern nur die Krankheit aufhalten. Ja. Aber immer, immer Kraft verloren. Ja. Wenn du mehr Kamba kamst, dann kannst du nicht mehr laufen. Das ist richtig? Ja. Jetzt klappt es noch viel besser. Ich kann besser Treppen rauf, runter laufen. Das geht. Ich musste immer noch ein bisschen festhalten. Ja. Weil ich kann besser laufen. Auch Treppen hoch, runter. Und jetzt 500 Meter, kein Problem. Nein. Geht. Heute war der dritte, ne? Ja. Aber so schnell reagiert. Wahnsinn, gell? Das freut sich. Ja. MS ist so einfache Krankheit. Nur wir wissen nicht, woher kommt. Woher kommt. Ja. Das ist ja kein Problem. Man weiß nicht, woher kommt. Aber es gibt ja tausend Möglichkeiten, falls alles auswahlkommen. Ja. Denn die warten los. Ich habe noch viele Leute gemerkt. Aber die sind alle zu schnell geführt. Unfassbar. So. Ich wollte nur dir erklären. Als du mir kamst. Jetzt gibts ja was. Ja. Das streichen. Als du mir kamst. Dein Fuß hatte keine Kraft. Nein. Weil hoch. Hoch. Ich habe so einen Finger gedrückt. Ja. Genau. Und hoch. Noch mal hoch. So unter, unter. Unter. Hoch. Ziehbeugung. Als du mir kamst. Pimpst du keine Kraft. Nein. Kannst du viel Gummi. Ja Gummi. Wie Gummi. Und Kniebeugung. Ziehen. Die Kraft kann man gar nicht. Ja. Kannst du weg ziehen. Darum. Die Fuß kann schon gerade. Gerade strecken. Jetzt. So stark geworden. So stark geworden. So stark geworden. Strecken. Bein hoch. So stark geworden. Hoch. So stark geworden. Jetzt breiter. So stark geworden. So stark geworden. Egal welche Methode. Wenn die Fuß beugen, strecken, außenseite und ziehbeugen beide. Die Kraft kommt. Da kann man stehen. Ohne geht nicht. 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 Egal. Die Kraft kommt. Dann kann man stehen. Von der Fuß. Ja. Und die Kraft abhängig von Sie. Die Beugung. Ja die. Die Kraft. Die Kraft gekommen. Darum kannst du jetzt viel besser. Ich kann viel Arbeit jetzt wieder. Kann auch so einen Garten. Also wunderbar. So gut gegangen. So schneller. Ja. Und 30 Jahre Quellerei. Ja. Die haben noch letztens noch andere MS. Die sagen doch. Herr Kipp. Ja. Ich kann so gut laufen. Ja. Wann soll ich wieder Joggen? Wehe. So nicht. Aber muss Geduld haben. Ja man muss. Dieser. Hochziehen. Die Beugung. Die Kraft. So. Ich habe Vollzeug. Sprunggelenk unten hier. Oh. So. Drei, vier Sekunden. Dann nachher. Die Knochen. Da. 5 Minuten. Dann. Hier. Die auch. Die kommt locker. Noch viel Wasser drin. Die Muskel locker machen. Dann hier. 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 Dann kommt die Fußkraft wieder. Die kommt die Kraft. Und die Beugung. Die Kniebeugung ist. Da. Ganz hinten. Da. Und die Muskel locker. Ziehen. Dann kommt alle Kraft. Da ist das erste Fundament. Wenn der schwach ist. Und nochmal hier. Gegen die Kraft. Schwach ist. Kommt backerlich. Da kommt die Spindel. Ja. Wenn es stabilisiert. Dann. Die Nacken. Halsbibelsäure. Gerade. Da durch die Spindel verschwunden. So. Einfache Sachen. Die brauchen nur das. Aber. Wer will. Dann muss Video filmen. von der ersten bis. Oh. Jetzt zeigt sich bitte. Alle durchgucken. Alle durchgucken. Die Nacken muss begriffen. Ja. Und niemals selber machen. Nee. Aber wer die Video. Video begreift. Dann kann man die Therapie anwenden. Wunderschön, ne? Wunderschön. Wunderbar. Wird nie geglaubt, ne? Ja. Drei Wanderung. Zu schnell Erfolg. Ich freue mich sehr. Ich freue mich doch viel mehr. Ja. Ich hoffe, dass alle Menschen helfen können. Danke.